Formuliert bitte in drei Worten, wie ihr euch die Neustadt wünscht. Ist drei Worte wirklich gemeint? Ja. Formuliert bitte in drei Worten, wie ihr euch die Neustadt wünscht. Ich habe vielleicht noch eine Sekunde über nachgedacht. Wir geben räumlich einen Dienst nach rechts. Also nicht bevor ihr es politisch ausklamösen müsst, wer jetzt nicht oder wer rechter ist. Jeder oder jede Partei? Jeder. Der Mann ist Jürgen Rosch. Lebendig, international. Mehr Freiräume. Neue Worte. Und Kurunde. Und nicht mal das klar. Kinderfreundlich und vor allen Dingen so lebendig. Nachhaltig, vielfältig, solidarisch. Inklusiv, lebendig, demokratisch. Bund der Republik Neustadt. Leben statt Parken. Dann nehme ich Parken statt Leben. Also ich hätte es mit der FDP gesagt, Baum, Baum, Baum. Das ist ein wichtiger Punkt. Bund, frei, lebendig, sozial. Und frei, lebendig, sozial. Und frei, lebendig, sozial. Frei, gelb, liberal. Voll. So wie jetzt, nicht schwarz-blau.